Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rainbow Six. Hier seht ihr den wunderbaren Server von Ubisoft. Wir hängen seit Ewigkeiten wieder hier drin. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Letzte Folge haben wir ja richtig gut rasiert. Ein neuer Rekord, glaube ich, auf der Stelle 13 Minuten war die Runde durch. Ähm, mit wem ist der Worte, der Curry und der Tobi und der Mann, bin ich klar. Ja, geil, da, ja. Danke, Klappen, da haben wir jetzt noch nicht in unserem Geschoss gehalten. Finde, Leute, ich bin ja, ich mag Rainbow ja, ne? Aber weißt du, was ich finde? Nach 250 Folgen, finde ich, es ist mal ne Zeit, dass ein Spiel... Dass wir ins Spiel kommen, welches so ähnlich ist und mal was Neues bietet, so, weißt du? Vor uns, also insofern was Neues, was willst du denn dann noch machen? Ne, vielleicht mal so, dass wir mal zusammen zu vierten Neues-Game finden, dass wir so zocken, weißt du? Left 4 Dead 3. Overwatch. Overwatch, Overwatch. Ab geht's. Und Watch ist taktisch. Und competitive, Mann. Das ist ähnlich so, wie mit nem Schild Curry, weißt du? Rainer, du bist Rainer zum Beispiel und alle anderen Schienen rum und so. Ja, aber ich bin Rainer, Alter. Eigentlich voll geil. Hast du denn das jetzt echt gesagt? Ich bin so Rainer, Alter. Ich fühl mich, ich fühl mich auch. Also, wenn man Overwatch fährt und dann ist es dann ruhig so, weißt du? Hey, 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 hey. So, ich tu doch nicht so, du spielst ja auch noch Overwatch 24 Stunden, 7. Jetzt ne Currywurst. Curry. Geil, Ben, Alter. Ich hab's ja abgekauft, ey. Danke. Hä? Ach, bumsen, Alter. Mach doch ein bisschen mit. Hol mich mal wieder. Can you help me, man? Man, can you help me? Man, can you help me? Man, can you help me? Man, can you help me, please? Please help me, please. Thank you. Ah, richtig gemacht. Hey, du hast gut. Pass auf, das Handy, denn ich weiß nicht was. Da war ein Handy. Blende Granate. Da ist links einer Curry. Äh, ist rüber gelaufen. Kapkan. Blende Granate. Ja, bei dir ist einer gestorben, Dennis. Auf der Seite. Wir sind drin, wir sind drin. Weitere Sprenglager. Weitere Sprenglager. Weitere Sprenglager. Weitere Sprenglager. Weiter, weiter. Niemand hat mich angeschossen. From these mushy boys. Schaffel. Woah, fuck. Was hier? Ja, sorry, Bonze. Oh, Dennis, Alter. Oh, Dennis, Alter. Rehmann. Beschützen, beschützen, drüber. Hä? Wo? Auf dem Gang, glaube ich, irgendwo. Jo. Ist fast down, ist fast down. Beschützen, beschützen. Die war rechts am Gang, Tobi. Da, genau. Ja, ist schon gut so. Da. Alter. Genau, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Ja, Mann. Keine Zeit mehr. Okay, die kommt jetzt gleich, Dennis. Ja, Mann, Tobi. Genau so muss das gemacht werden, Alter. Genau so muss das gemacht werden, Tobi, Mann. Du bist einfach ein geiler Typ, Alter. Nice, nice. Darf ich die Leiche mitnehmen? Was willst du mit der machen, Tobi? Essen. Okay, Tobi. Oh, richtiger Roten Bug, Allah. Allah kann ich mal, Allah Achim nehmen. Einfach mal die Vorhaut abhacken, da, Allah. Abi Nieser, Abi Nives, Allah. Ey, warte mal, Tobi. Einen Schwanz gefressen, ja. Einen Schwanz gefressen, ja. Einen Schwanz gefressen, Alter. Hä, weil das hier ist. Einen Schwanz gefressen, da, aber. Ja, Leute. Schön, dass ihr hier uns dabei begleitet. Ganz ehrlich, wenn du von dem so eine Doku siehst, ich muss den dauernd auf den Mund gucken und muss mir so denken, der hat echt Menschen gegessen, so weißt du? Eieieiei. Es gibt ja auch Leute, die essen Hunde oder Meerschweinchen, ne? Wollte ich gar nicht vorstellen. Ja, Mann. Das ist echt so, das ist genauso. Da haben wir gerade letztens wieder gelesen, gefülltes Meerschweinchen. Ey, sag das doch einmal, du bist tot, Mann. Gefülltes Meerschweinchen, Alter. Gefülltes Meerschweinchen, Alter. Ich komm mir zu wenig um, ey. Ja, das ist krank. Alles so lebewiesen unseres Ökosystems. Hä? Was? Hä? Deine Bruder, die alte fette Kuh, die ist auch bald ne... Jemand, der Meerschweinchen isst und sagt, das ist normal, dass man die essen sollte, der ist... Die alte fette Kuh, Alter. Der ist mal ernst, ein Bernd. War mein Ernst? Der droppt einfach die Schüsse da, Alter. Bernd, entschuldige dich. Niemand ist den Ulti. Kann nicht. Der Ulti ist auch ein weißer Hai, okay? Ja, Platz, Mann. Wollen wir natürlich sagen was, wenn wir jetzt so zu einem Inder oder so zum Beispiel, wenn du sagst, die wegen Kühe essen und so, ist das für die natürlich auch voll schlimm, ne? So immer alles... Ausdehung ich dachte, weißt du? Ist eben bei Twitch habt ihr natürlich kaputt gemacht? Ey, aber guck mal, Meerschönchen hat seinen Mund unten am Kinn so, weißt? Der kann doch die essen, ey. Mund unten am Kinn, Alter. Ah, ne Kuh, ne Kuh ist auch goldig, ne? Ne Kuh ist, ey, die... Ey, warum hat ne Kuh mehr verdient zu sterben als die Meerschweinchen? Habt genug von. Boah! Boah! Ne Kuh sind halt nicht so süßen, so Meerschweinchen. Ne, aber mein Ernst, eigentlich hat kein Tier... Ja, ist echt so. Wobei ich auch sagen muss, ich muss aber auch ganz ehrlich sein, dieses ganz... Was hier gar nicht... Überall sich die, diese Veggie-Spasten, die dir einreden wollen, wie gut sie doch liegen... Fuse hier am Fenster, Fuse hat fast nix mehr. Manchmal nervt mir das, ey. Da genau da, was mich halt immer nervt, der war gar Fuse. Lol. Als ob. Ich hab nur einmal kurz ein Rohr gesehen, war direkt tot. Als Leute, mich nervt das so, jeder kann ja machen, was er will so, aber nicht immer so die Meinung... Tobi, Fuse, Fuse hinter dir, Tobi! Ah! Oh mein Gott. Ah! Ich lebe. Da ist jemand. Ja, genau. Genau. Komm, hier. Kannst noch mal einer, wenn du willst. Nüsst du, Mann, lass ihn die bessere Gesellschaft. Bleib mal bitte ruhig. Oh, Mann. Immer wieder der End. Was? Wie soll ich so ernsthaft spielen? Ja! Curry. Warte mal bitte ruhig. Gipsch, pipsch, pipsch. Ja, da hast du aber eine halbe Stunde erst mal drauf geguckt. Ja, er hat doch gesagt, du sollst ruhig sein. Okay. Der holt sich die Stiefel raus. Du hast das, Mann, Gogo. Warte, Mann. Warte, Mann. Warte. Ja. Warte, Mann. Was? Was? Was macht der denn, Junge? Warte. Don't peek, don't play offensive, Mann! Macht der denn jetzt? Der hängt heute mal im Kopf drin, Aller. Hey, sorry, Aller. Nee, nein. Das ist das, Aller. No! Hey, hey, don't do it! Warum sind da zwei Leute raus? Take the money and go. No! Take the money and go. Take the money and go! Killed! He's coming! Mrs. Duffy! He's coming! Wait. Yes? Wait. Nice, man! Was geile ist, wir haben uns in der letzten Runde erst beschwert, dass bei uns immer die Leute rausgehen, ne? Jetzt sind einfach zwei vom anderen Team rausgegangen. Eben gerade, oder? Tobi! Ja, das ist alles abgesprochen, Aller. Liegt die Lunge schon auf dem Tisch bei dir? Nein, ich könnte für die hier ausbauen, ne? Tobi, mach mal eine Hasenlüsse gehabt, oder? Hä? Weißt du mal, der mit seinen Nüsten, Aller? Hast du die schon mal auf einmal gefressen, Aller? Hast du die schon mal auf einmal gefressen, Aller? Ist doch da, Mann. Hahaha! Ja, schön, ey! Ich möchte mich jetzt entschuldigen, natürlich wollte ich nicht die Mutter von Ben beleidigen. Ja, aber alt war schon ziemlich hart, ey. Ach, die liebt dich, Edeko jeden Tag deine Videos. Ja, Mutter von Ben! Den von Ben gefahren, Aller. Oh Mann, ey, ich glaube, wir werden hier bestimmt verlieren noch. Ey, sagt das nicht, okay? Hm. Du sagst das bitte nicht, Dennis. Du sagst das bitte nicht, Dennis. Ich kann nicht lieb. Das ist eine Familie, oder? Dammit. Dammit! Dammit! Chloe! Dammit! Was will der denn damit? Dammit! Two bubble gum, and I'm all out of gum, and I'm all out of gum. They found out my plans. Found out my plans. Found out my plans. Listen and repeat. I'm McDonald's has a farm. Ihr, 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 Ihr. Das ist bloß mit, ey. I like big boobs on the camera. Big boobs, ey. Und ein Internet. Und ein Internet. Und ein Internet. Und ein Internet. Hey, Bronzo, du hast einen schönen Koffer, ey. D, R, J, O, J, O, A, I, H, J, R, G, L, U, B, H, I, please. Johnny Aller. Ist auf jeden Fall ein geiler Clan, wo die anderen Teammates erstmal rausgehen. Johnny Aller, ey. Ponzer, der Isid, Mann. I? Das ist die schlimmste Rainbow-Folge on Doom. Was ist dann die Verladezeiten hier, ey? Das ist schlimm geworden, ne? Die schlimmste Rainbow-Folge off Doom kommt nochmal hinterher, ey. Ganz ehrlich, Ubisoft, was ihr da mit den Servern macht, das ist ja ein Trauerspiel. Wir? Ey, wir machen jetzt eine Operation. Wir verschieben einfach das Update. Und machen jetzt alles richtig. Nach einem Jahr. Jo. Also, ist denn Ubisoft am Haken, der Junge, ne? Ja, tut mir leid, Tobi, aber... Ich mag Ubisoft eigentlich, weil ich finde deren Games auch eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Mögen dich aber wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber das Drumherum ist ja... Guck mal, Blizzard hat nie so Probleme gehabt. Noch nie, ne? Dann fragt doch bei Blizzard, wie das geht. So, weißt du, ganz ehrlich, ne? Wenn die das nicht selber wissen... Das ist mir auch irgendwo bei Hohen Prohen ja damals. Hey, reden doch. Wenn die das nicht wissen, wie irgendwas geht oder die Skills nicht haben, dann mach's entweder nicht. Oder frag mal nach, oder so, weißt du? Okay, jetzt hat er auf den Tisch gekloppt einmal, ne? Ja, gerne. Die müssen ja ganzes Geschäftskonzept mal nach dir richten, ne? Das ist echt so... Hätten die auch keine Probleme mehr. Auf geht's, Männers! Was? Dauer noch Cosplayer durch die Welt. Geil. Wenn nicht, ist das auch raus. Was? Andere Spiel machen. Hey. Allein. Allein. Ich bin auf den Lade. Alles, alles safe. Wer ist auf dem pinken Skin denn jetzt? Hast du wie mein Blümchen, man. Ich würd dich gern abknallen jetzt, ne? Komm. Ach genau, genau, Primo HD natürlich. Wo, Tobi, wo? Im Raum drinnen. Ist down. Wenn's grade geht. Hä? Wo war der? Ach, oben. Oben. Einfach über. Da, ja. Hey, der muss doch da eh runter als Brunze. Warum geht's weg? Ja, warte, sei doch ruhig, dann hören wir. Okay, der ist reingejumpt. Yo, Baby. Geh und tschüss. 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 Guck mal, was da auch meine Waffe ist, Tobi. Ist er. Herzchen. Na ja, ist das dein Ernst? Was ist bei dir verkehrt, man? Liebe für alle. Halt die Schnauze. Hart. Der Junge versteht auch gar keinen Spaß, ey. So, ähm. Der war doch nie mit kaputt, ey. Ey, Tobi. Ey, Tobi, ich bitte dich, ja? Ey, Männer, es kommt jetzt voraus. Weißt du, dass wir da auch noch Sains Row gespielt haben, deine Sonne? Boah. Vorraa! Boah! Boah, was für den Dicken da gemacht hat, falls er das so... Jaue! Boah. Boah. Guck mal ne Ex-so-süß, Alter. Guck mal ne Ex-so-süß, Alter. Was? Was ist da los? Ist Ali, Alter. Geh ist Ali. Geh ist Ali, Alter. Geh ist Ali. Geh ist Ali. Oh, Ramel ist zurückgekehrt. Ramel, Alter. Sanchez. Weißt du, weil wir kurz über die Autobahn gucken, wir so da links. Ist da so ein Auto, du weißt? Ist da so ein Auto, du weißt? Ist da so ein Junge? Sein Gesicht denkst du drauf. Ja, ist echt. Und dann fahren wir so den her, ich mach so Peace zu dem. Und der guckt mich so an, als ob der mein Auto mit Kryptonit wegpusten will, Alter. Ja, ganz ehrlich, ey. Ne? Mann. Sachs, mein Tag. Hellhörig, ne? Oh, das macht echt keinen Spaß mehr, hier, ey. Ich hab schon Cas... Was? Ich hab schon Casual-can im Arsch, ey. Ja, ey, ihr wartest so länger, als ne Runde geht. Ja, das ist echt so, Alter. Geht. Aber das liegt nicht an Ubisoft, Leute. Ey, geil. Hey, Junge, dieses Laden, das hatte ich letztens auch. Das liegt daran, wenn ihr das Spiel nicht auf eine SSD installiert hast, dann lädt das halt ewig. Ach, auf einmal. Das hab ich euch schon vor Ewigkeit... Ey, nein, Mann. Ich sag immer, dass das so ist, dass es nicht an den Servern liegt, Alter. Ich hab schon immer gesagt, dass es am PC liegt. Ach, er ist wieder Jesus, Alter. Weil, ich habe damals gesagt, manche haben immer danach, nach der Folge, lange gebraucht zum Laden, weil die Elgato in der Zeit verarbeitet hat. Im Umkehrschluss hat dadurch Rainbow länger geladen. Das hab ich immer gesagt. Ich kann ja auch gern die alten Folgen rauskommen, Curry. Die werden bestimmt nicht alle hier aufnehmen, nebenbei. Ey, aber du bist gleichzeitig derjenige, der sich über die Server aufregt. Was ist das denn für ein Schwachsinn, Alter? Ne, ich red mich über das Match-Weck-System auf. Ey, aber du hast dich grad darüber aufgeregt, dass wir länger warten. Ja. Dass dich grad noch über die Ubisoft-Server aufgeregt war. Ja, Mann. Häng da erst mal nach, bevor du was sagst, Alter. Äh! Nein, Gott. Boah, Alter! Oh. Boah, ich hab die Kamera, ey. Oh, jetzt am besten. Äh! Das tut. Keine Munition! Oh, Dennis, alles klar, ja? Geh mal weg da, Dennis. Ey, was ist denn mit dir, Alter? Der Rasse voll aus, ne? Ey, was willst du? Ja, mach mal. Mach mal. Schau mal vor. Vielleicht kommst du bei den Sauknopf mal. Fuse fliegt dann immer weg so von dir, weißt du? Ja, ich weiß. Das ist doch ein Traum. Geh, meiner, passt auf, das wird das echt gefährlich. Ey! Wand befestigt! Vorsichtig, es ist so gefährlich! Warum ist einer schon von denen tot? Ask! 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 Jürgen, der Nagel, den Pöderplaner, guck mal! So, ich glaub, die brauchen unsere Hilfe grad mal. Nee, nee. Echt 3, oder? Was ist los? Das Vorrush drum. Okay. Yo, easy. Feindsuche läuft. Die Beste! Neues Magazin wird Relat aktiviert. Ja. No. Letzter verbleibender Gegner. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Wo ist der? Hoi, ich gebst du den es, ey. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Tobi macht's gut, Alter. Tobi macht's gut, Alter. Ahahahahahahahahahahaha! Ja, ist halt eine ganze Runde. Ja, geil, Alter! Runde viel gewonnen! Fannende Runde, Alter. Hä? Der steht da oben aufm Zaun, Alter! Hahahaha! Hahahaha! Hammergeil Runde! Ja gut, das war ja auch eine Runde, wo alle rausgegangen sind, ne. Sozusagen haben wir die langen Ladezeiten gehabt, weil... Aber ist egal! ... die Folge extrem kurz gewesen. Hahahaha! Gigi... Mit H! Geil... Geil... Mhhh... Oh fuck. W- 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 Untertitelung. BR 2018